Alter, The Voice Crack of Germany 3. Ich sag's euch, Chat, meine Stimme ist in letzter Zeit so stabil, der wird... Voice Crack of Germany! ...werde ich nicht dabei sein. Ach, scheiße, ich bin doch dabei. Oder? Nee, ich bin nicht dabei. Achtung, Chat, jetzt kommt's nämlich. Pass mal auf. Man denkt nicht, wer dabei, aber... ...der Clip ist, äh, Sido. Ach, Wichser! Sido wahrscheinlich ist das hier, oder? Der mit den blauen Haaren, der die CDU zerstört hat. Sido, ja klar. Sido hat doch damals die CDU zerstört. So kennt man ihn doch. Diese eine Mücke, 3 Uhr nachts in meinem Zimmer. Ja, das ist Revi. Diese eine Mücke, 3 Uhr nachts in meinem Zimmer. Ein Bild von Revi würde... Oh, guck mal, ein Bild. Oh, ist deine Stimme abgebunden? Ein Bild, oh, so ein Loser. Du hast keine männliche Stimme, du Schwurz. Reichen. Ein Bild von Revi würde absolut reichen. Ein Bild. Ansteuern, oder ist das alles einzeln? Genau, das können wir uns nachher auch gerne nochmal im Cockpit anschauen. Wir haben hier für jeden Werfer, haben wir einen extra Joystick. Geil. Joystick? Was ist das für ein Game? Dankeschön. Vielen, 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 aber Voicecrack, Alter. Was ist das für ein Game? Tobi, wir müssen um ein Viertel nach, los. Ja, gut. Hab ich ge... Das kann nicht sein. Guck mal, ich mach mich gerade über einen Voicecrack von mir lustig. Geh mit meiner Stimme richtig schön runter. Junge, Junge, Junge. Was war das? Alter, was war das? Du bist aus Holz. Gib mir einen Kuss jetzt. Ich bin aus Lehm. Lehm. Gut gespielt. Der passende Zentrum, der Abschluss, jawohl. Oh, Maytag, by the way. Ja, wir... Das... Das... Minecraft-Server... Du musst ja nicht gleich übertreiben. Danke, Bro. Digga, ihr denkt jetzt wirklich, dass ich joke, ne? Oh, sorry. Keiner Voicecrack hier. Loser. Ich hab's doch mal. Junge, ich hab gerade das mit Bonn gesagt. Ey, Unterdach, Dankeschön. Oh, pff. Danke. Danke. Stimme, Solo, okay, Jungs, direkt neueres. Oh, Jungs, tut mir leid. Dankeschön, ja. Du hast schon gesagt, dass du hast einen Vorteil, hab ich auf einmal direkt geteilt. Ach so, das war eine Stimme. Ja, so Rezo, Schulfrecher, weil er hat doch nicht gedacht, also mein Punkt. Was? Was? Wer hat das Video damals geschnitten? Mein Cutter hat das einfach drin gelassen? In nem Video von mir? Wo man sowas rausschneiden kann? Ey, sag mal. Also, da gibt's nachteillich sowas von ne Kündigung, Abmahnung, alles für. Ich find's krass, wie YouTube Access immer wieder schafft, die Videos wirklich in der schlechtesten Qualität überhaupt runterzuladen. Also, guck mal. Es ist wirklich, es ist hier, es ist auf, ich mach's auf 4K, das Video. Ich mach's auf 4K. Guck mal, wie das aussieht. Wie schafft der das, Digga? Wie macht der das? Guck mal, seine Überblendung hier, Digga, die ist auf 340p am Narkolm. Wie machst du das, Bro? Wie machst du das? No job. Wie kannst du, wie kannst du so schlecht Sachen runterladen, Digga? Was war das für ein Voice Crack? Ich will daraus ein Highlight einfach machen. Das kann doch nicht sein, manche Clips so übertrieben geil und der hier ist so... Das ist einer der... Also, nee, das mach ich nicht so oft, niemals. Das hat gereicht. Das hat gereicht, Bro. Das hat gereicht. Scheiße, Mann. Ich mach mal hier wieder rüber, damit man sieht, wie die Jungs alle heißen und die Mädels hier, ne? Alter! Gibt es weibliche Voice Cracks? Gibt's das? Gibt's das? Reefed. Ja, doch, Antonia hat das. Okay, aber Antonia ist doch halfway there. Whoa! Living on prayer! Ähm... Fuck, ich muss euch noch ganz kurz einen Clip zeigen. Guck mal, wisst ihr, was ich eben gesehen hab? Wartet, mal hier. Das war so witzig, Alter. No joke, wartet. Guck mal hier, Chat. Oh, I'm like so hungry in that way. Ey, yo, who the fuck put ... ... ... Ey, yo, who the fuck put ... Digga, hau, 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 hau. Oh, Mann, du bist drauf rein, Voice Crack. Du willst ja nicht verarschen. ... zeigen, dass das Happy Meal für Kinder wahnsinnig aufregend ist. Paluten kann keine Voice Cracks haben. Paluten ist der männlichste Mann in ganzem Deutschland. Mittels eines Eye-Trackers und verschiedener Sensoren wurde Leute, holt euch nicht so einen... Ach, du Scheiße, da war er. ... so einen Happy Meal, weißt du so, dann könnt euch so einen kleinen Mini-Paluten. Alter, der hat einfach, Paluten ist so smart. Der macht einen Voice Crack, um in eine Compilation reinzukommen, um dann in der Compilation Werbung zu machen. Der ist so, der ist so intelligent, der ist so smart. Paluten ist so klug. Paluten ist so klug und so reich. ... zu da ihren Arsch abspitzen, aber sonst alles andere mit den Bege-Tracks und so. So, seh ich noch immer nicht in... ... meine Stimme ist ja wunderschön. Hey! Harte, Mann. Liege mein Pferd. What the fuck? Harte, Mann, ey! Junge, einfach enden, Army. Maxify kann keine Voice Cracks haben, seine Stimme geht nicht höher. Wir wollten ja The Last of Us 1 und 2 spielen, danke für den Voice Cracks. Peinlich, Gigant. Hat der Stürer VZ eine Voice-Funktion? Ne, ne? Nein! Doch, äh, was? Ja? Was denn? Stürer VZ? Der Messer Messer? Halt, ey! ... werden müsst. Und Jain kontrolliert auf jeden Fall. Und jo, ey! Pfff! Junge, what the fuck? Okay, Jungs, okay. Alles okay, Jungs, ist okay. What the fuck? Ich glaube, viele andere Leute machen... Basti auch? ... auch für die Sixis und haben halt... Keine, keine Hände. Oh, peinlich, Basti. Mich, wie gesagt, auch wundern, weil, wie gesagt, ich hatte davor schon zwei Testrunden mit dem Client und das ist halt eben nicht vorgekommen und so ein nice Voice Crack, perfekt. Äh... Voice Crack, oder? Voice Crack. Jetzt brauchen wir einen Fletch... Na, komm her! Der ist so dumm, der Hund. Der ist so... Mann, was denn jetzt? Fletching, Fletching-Typ. Genau, weil... Peile und Bo... Hm? Dann was? Hm? Hm... Genau. Ja, der kommt gut. Voice Crack. Natürlich. Jetzt ist mein Oberteil ausgelaugt. Ausgesaugt, ausgelei... Was? Ich glaube, du kannst das nur gewinnen. Ritterant. Äh, Radiant. Habts auch verdient da mit Geld und... Ach. Ja, das ist so, als ob du... Wieso... Äh, wie alt... Wie alt ist der? Irgendwas zwischen 14 und 32. Ich dir einen Job machen würdest? Würdest? Hörger, der... Hörger, der... 55. Moin, sehr nice. Oh Gott. Sehr nice zum Stabst. Und, äh... Jo, Trinkpause gemacht, oder? Ganz auf der auch halt. Schilder, André, Mann. Halt's Maul. Wir waren da. Was ist das für... Pfff. Ohoho. Fuck Young Trimax, Young Goat. Lightning? Nö. Lightning? Nö.